Und ich glaube nicht, dass die Polizei auch nachgeben wird. Und ich finde es wahrscheinlich auch nicht so toll, dass die Polizei uns sucht und wir uns nicht stellen. Mhm. Thanks, Grandma. Good. Your temperature is down. I'm way better now. You still need to take it easy. How about if we say a little prayer and give thanks? It's like, a bedtime story? Right? Well, this is a bit like this, yes. Except the story comes from up there. Haha. The ceiling. So, are you ready to pray? Just follow my lead. Ich, ich mach mal einfach mit. Sure. We need all the help we can get. Can you ask the blessed dad? And Sean? Oh. And Mushroom. And you and Grandpa. And, uh, everybody else. Oh my. You are so sweet. Ich befürchte auch, dass irgendwas mit der Polizei noch passiert. Thank you, Lord, for bringing Sean and Daniel safe and sound into our house. Take care of Esteban and, uh, Mushroom. Please, give us the strength to get over the hardships of the past and the trials yet to come. Amen. 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 Okay. It's bedtime. Die beiden sind so lieb. Und wo, 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 wo bekomme ich das her? Keine Ahnung. And the bathroom. I hear that. Plus you don't smell anymore. Whatever. Well, Claire seems pretty caring. And nice. I guess Stephen is too. I hope we'll be fine here. I think so. And the more important thing is you'll have time to get better. Sean? Are we in Mom's old room? Nah, I don't think this is the one. Not from what I remember. But it's been a while. Could we check it out tomorrow? Maybe find some of her stuff? Why would you want to do that? I just don't know anything about her. Daniel, I understand. But we need to focus on where we are now. And where we're off to. Mom left us. She made her choice. We gotta make ours. And we can't keep going back. You know what I mean? Yeah. I guess. Hey, man. You've been doing so great with your, well, you know, I was wondering, how do you do it? Uh, I don't know. I concentrate and it just happens. Tut es weh? Fühlst du dich stark? Ich glaube nicht, dass es weh tut, oder? Sonst hätte er öfter Reaktionen gezeigt, dass es ihm, äh, schmerzt. Ich frage immer, ob er sich stark fühlt. Bestimmt. So? So? It makes you feel strong? Like, special and mighty? I don't think that. Ich? I don't know how I feel. Why are you asking? Never mind. Just curious. Forget I asked anything. Anyway. Ich glaube, Sean fragt sich auch, warum er nicht, äh, auch solche Kräfte hat. Er hat es ja auch versucht. Ist schon ziemlich merkwürdig. Die Mutter ist weg. Was ist das für ein Rezept? Ich weiß leider nicht, woher man sowas bekommt. Ich glaube, im Chat weiß das auch keiner, oder? Eine Woche später. Eine andere Sache ist, wenn wir hier bleiben wollen, wir müssen auch irgendwann wieder zur Schule gehen, ne? Also, wir können nicht jetzt für immer hier bleiben und, äh, nichts machen. Ich glaube, das wollen die dann auch nicht. Oh, man. Man, I could sleep all day long in this bed. But I'm way too hungry. It's cool Claire dug this up for us. Dad's such a baller in his suit. No. Oh, die haben das Bandana mitgenommen. Ich vermisse ihn auch. Oder sie, meine ich. Ist auch besser so. So, ich zieh uns mal jetzt hier was an. Hat der Frösche auf der... Spielen die grad? So, jetzt haben wir was an. Schon mal gut. Hier sind die Würfel. Ohrenschützer. Ja, abwarten. Vielleicht doch. Ja, er soll nur aufpassen, dass sie das nicht mitbekommen, ne? Viel zu gruselig. Oh ja, hat er das echt mitgenommen? Please no. Oh. Wie gewinnt dieses Kind jedes Mal bei einem Würfelspiel? Betrügt? Mhm. Ja, ja. Ich glaub auch. Erster, zwölfter. Riesiger Fortschritt heute. Einen sich bewegenden Schneeball aufgehalten. Plus schweren Stein. Daniel geht es schlechter. Noch kein Fieber, aber wir haben kein Essen übrig. Morgen geht es dann nach Beaver. Freak. Ich lese mal die Sachen jetzt. Das haben wir dann gezeichnet. Zweiter, zwölfter. Scheiße, tut mir leid, Welpe. Er dokumentiert wirklich alles. Rind kalt. Dritter, zwölfter. Ich musste Daniel über die drei Kilometer weit tragen. Niemand hat angehalten, um uns zu helfen. Was stimmt nicht mit diesen Leuten? Dann geht es besser. Er füttert wie ein Scheunendrescher. Ich kann nicht lesen. Ich schätze, das ist gut. Wir hängen viel mit Claire und... Wie ist der andere nochmal? Keine Ahnung. Rum. Echt merkwürdig nach all diesen Jahren. Sie führen einen Eiertanz auf, um nicht über Seattle zu reden. Oder Karen. Ein riesiger Elefant folgt uns überall hin. Unhöflich. Das ist der FM. Achso, so hieß er genau. Hallo, Dirk. Wie geht's dir? Reynolds Regeln. Diskretion. Nicht das Haus verlassen. Abschaltung. Ist gleich kein Telefon, kein Internet. Tägliche Hausarbeit. Ich würde sagen, besser als draußen zu hungern, zu frieren und ums Überleben zu kämpfen. Hausaufgaben für Daniel. Viel Glück damit, Claire. Langweile mich zu Tode, dankbar hier zu sein, aber ich muss raus. Ich muss darüber nachdenken, was als nächstes kommt. Oh, er kann so schön malen. So. Sind up to date? Tasche. Huch. So, die lachen da draußen. Ich möchte auch lachen. Sean. Finally. Sean, are you awake? Breakfast almost done, so come down when you're ready, okay? Okay. What's up? Ah, look who's here. But you're too late for the 9.15 express. I'm glad they get along so good. Ja, das tun sie wirklich. Tano's definitely ideal Grandson. Aber sowas wäre für mich voll langweilig, jetzt hier mit so'n... ...mit so'ner Modelleisenbahn. Aber gut. Denn ihr gefällt's. Okay. Okay. Einfach mal überall stalken. Das ist, glaub ich, das Zimmer der Mutter, ne? Also. Seiner Mutter, die abgehauen ist. Erstmal Gesicht waschen. Gesicht waschen. Hm. Hm. Das ist wirklich sehr nett von denen. Ja, außer man hat Glück und hat nichts, aber... ... sehr selten. Oh Mann! Also wenn wir ordentlich müssen, wir können uns da festhalten. Und richtig Dampf ablassen. Oh Mann, oh Mann. Okay. Da ist sie. Ich gehe mal zur anderen Seite. Ich möchte mich hier schön umschauen. Hör auf zu gehen, ich bin auch müde. Oh, haben die da was drin? No. Doch, da unten. Oh Mann, ich bin starvend. Claire's Food smells so gut. Ja, ist ja gut, jetzt hör auf, hier vom Essen zu gehen. Ja, ich auch, wenn du so weitermachst. Guck mal, da ist das Baumhaus vom Nachbarn. Oh mein Gott, schau, wer wach. Guten Morgen. Guten Morgen. Daniel, breakfast time. Your brother is ready. Grandpa showed me your boxcar. Steven, your grandson needs to eat now. You can show him the boxcar later. I love how they're getting along. Nicht dein Ernst, Shadow. Wie soll das denn gehen? Was? Okay. Do you need help or anything? Oh, don't worry. I can do this in the dark. Thanks for the offer. All right, all right. Are you boys done playing? We had a express delivery with the passengers. But the engine broke down. Yep, has to go straight to the workshop. Good. No trains in the kitchen. Remember? Gotcha, chief. Choo, choo. Choo. Oh, ich glaube, das ist eine andere Claire. Die andere Claire kommt morgen. Beziehungsweise zu erst Lieren. Oh, mein Gott. Ernst so an die... Did I make enough? Everything's okay? Was du die Weltkrieg? It's great. As usual. You're the best cook ever. Looks like you're getting cozy with this new country life after all. Yeah. It's nice to be far away from everything. Feels like we're the only ones out here. Well, that's exactly why we love it. It feels safe. Unlike the big city. I get it. I like it. It's cool here. Well, bless your soul. You'd get along good with our neighbors. We try to lend a hand. Like to Charles next door. He lost his wife and things have been hard on him and his son. He would just get lost in Seattle. But we're all taking care of him here. How old is his son? I think he's your age. Oh, cool. Wir kennen ja den. Den Nachbarsjungen. Find ich voll cool. Du hast eigentlich schon seit gestern. Nein? Hör auf damit. Ich dachte, Steven war ein Fast-Eater. Hey, Grandma. Ich wollte dir etwas fragen. Hätte ich jetzt was gesagt, dann... ... über das locked room upstairs. Ich sagte dir, es ist nichts zu sehen, Daniel. Why were you in it this morning, then? Because there's a lot of old junk in there. And besides, it's not safe for you to explore, okay? But we'll be fine. Why don't you go explore outside? You sure look like you're getting better. Get some fresh air. I'll wait for Sean, and then we'll go. We won't be loud. Promise. But be careful nobody sees you. Stay in the back. Okay? Oh, ich sehe schon, er ist... ... wirklich angepissed. Maybe you should tell him, that it was Karen's room. It's just a room now, Sean. Nothing to see. Daniel needs that. He doesn't know anything about her. I know, poor thing. But his mother isn't in there anymore. So nobody goes in the room, okay? I'm serious. Er ist ja eh abgeschlossen. Ich wollte es jetzt aber nicht erwähnen, weil sonst hätte sie gewusst, dass wir da rein wollen. Deswegen habe ich das andere gewählt. Es ist cool. I don't care. She left us anyway. Ich werde jetzt sowas von brechen, aber... ... und deinem Bruder. ... und deinem Bruder. There's a shed with some old toys outside. I'll bet Steven has the key. Daniel will freak. Thank you. Wir müssen aber, ähm, Daniel mal klar machen, dass er hier nicht mit seinen Fähigkeiten rumspielen soll. Das ist echt nicht gut. So, jetzt kann ich mich hier umschauen. Oh, this looks cool. Too bad it's broken. What happened to the ship? Oh, that thing? Steven made it years ago. But it fell, and he doesn't know how to fix it. That's sad. Looks pretty cool anyway. Yeah. Well... Ich weiß, wer es... Ich weiß, wer es reparieren könnte. Entspann und zeichnen. Ja, komm. Oh, don't draw me like this, Sean. I'm a mess. Don't worry. I'm drawing the whole room. Good. Okay. Got it. So nice to see you practice. You're so passionate. So, erst mal ein paar Skizzen. Ich finde das echt cool, dass wir hier... ...alles abchecken können und dann... ...das hier aufzeichnen. Schritt für Schritt. Ich muss ihn gerade ignorieren. Ich möchte das zu Ende zeichnen. So, fertig, oder? Wenn das Zeichen auch so leicht wäre. Ja, das sieht sehr leicht aus, ne? Kann ich hier weiterzeichnen? Oder bin ich noch nicht fertig? Ach, möchtest du? Oh, cool. Na dann. Du möchtest auch drin sein. Oh, das ist irgendwie süß. Ja, nicht bewegen. Ich kann so halb gut Zeichen finden, aber dass es trotzdem doof aussieht. Und wenn ich zeichne, ich finde das auch nicht gerade sehr toll. Ist bei mir einfach. Ich weiß auch nicht. Okay. Die sind alt. Die sind alt, so zu machen. Ja, ich finde meine Zeichnung auch nie wirklich toll. Ich habe immer was zu meckern. Ja, ich auch. Ich bin immer sehr selbstkritisch. Ist nicht immer gut. Ist wirklich nicht immer gut. Weil wenn man immer alles runter macht, obwohl es eigentlich in Ordnung aussieht, dann ja. Hunger ich habe, wenn du essen musst.